ARD Text im Auftrag von Funk Auf geht's, los geht's So, drei, zwei, ohne eins Drei Tage wach Wir spielen heute gegen den guten Zahn Und Mufordai hat sogar ein Update rausgebracht Das muss ich auch noch mal kurz erwähnen Das ist mega, mega cool So ein bisschen weihnachtlich gehalten Warte mal Schwere Kugeln Ich hab superhot, Lars, das ist zwei neue Budi Fallende Blöcke Ja, jawohl Und der Typ hat statischer Sprung Das ist einfach ein Zahn Das ist einfach ein Zahn, der andere Typ Das Der, der, äh Udolmet Udolmet Ja, jedenfalls Oh, jawohl Was soll ich nehmen, was soll ich nehmen, was soll ich nehmen Ja, dachte ich mir nämlich auch Ich bin JEDPAX JET PAX Jetzt, das ist das beste JET PAX Och, das heißt JET PAX Und Lars macht jetzt auch alle lucky Blöcke auf Guckt mal, wie schön das schneit hier creators Wal Ha Schneeball Ja, der ist abläuflich Der Blau hat 59, muss deine Ziegechancen raushaun Na, fast so schlecht wie ich Stimmt Hä? Lars hat jetzt kein eigenes Ziel mehr Ja Hä? Ich hab ihn doch reingemacht Ich bin in die luft gesprengt leute man sieht ja auch einfach so kleine geschenke rausfallen Tut mir leid flo, das soll noch geschenke sein oder nicht die da so raus ploppen oder? Minecraft Ich hab noch nie gespielt, Minecraft, man nennt das wie Tetris glaube ich Häh, lege ich? Jungs, einfach a drücken Ich dachte gerade, ich lege, hä? Achso, mit S kannst du Block geboren, guck mal, du musst am Überlebenden bleiben Ich bin tot, ich habe mich gerade selber getötet Oh mein Gott, ihr seid beide auf die Millisekunde gleichzeitig runtergefallen Oh, der Typ wie der heißt, gell? Ich glaube wir haben Verwirrung drin, deswegen Hä, nein Echt? Nein, dann haben wir nicht, wir haben Jetpacks drin Wir haben Jetpacks Hä, ich bin tot Ich bin so froh Ich bin so froh Oh nein Oh, der ist gut floh, musst du aufpassen Aber ich muss sagen, ich war eben bei euch in den Runden viel viel besser Jetzt bin ich irgendwie voll schlecht Ja, lass, weil du ein Teamkameraden hattest Weil du ein Teamkameraden hattest, lass Weil du ein Teamkameraden hattest, lass Gottkanone, das haben wir ewig nicht mehr gespielt Gottkan, alle, die haben das jetzt endlich übersetzt, gell? Gottkan Gottkan Die Gottkanone Boom Guck, guck, guck mal Wau mal, du musst ja richtig nerven da drüber Warte mal Mach der Schrubbidi-Dubbidi Oh, da willst du hier die Löcher in den Zahn hauen, Flo Ja, ja Wir machen immer da lang, dann einmal hier so runter, dann wieder hier hoch, dann machen wir einmal hier alles schön sauber, dann einmal hier runter Ihr hopptis Ihr hopptis Ihr hopptis Ihr hopptis Ihr handis Wusstet ihr eigentlich, dass wenn man Jetpads hat, dann ist das neue oben unten, weil alle direkt nämlich hochfliegen Schau mal raus Meinst du unten ist das neue oben? Ja Wer hat gewonnen? Ja, ich, weil ich einfach unten geblieben bin und alle Trottel von euch sind alle nach oben geflogen Free 60 Nosecope, Free Free 60 Nosecope Kann man eigentlich wären, Free 60 Nosecope und Jetpack kann man da fliegen Free 60 Nosecope, Free 60 Nosecope, ich rank euch alle weg Ey, halt mal gedrückt, halt mal gedrückt, dann machst du nur Free 60 Nosecopes Oh nein Warte Oh lol What the fish Free 60 Nosecope Ich hab, ich hab gedacht, ich hab, ich hab gedacht, ich hab dich gedacht Ich hab dich gedacht Ich hab geschraubt, dass ich gedacht hab und nicht geschraubt Ich hab geschraubt, ey Oh mein Gott, guck mich an Oh, der hat Ey, ich war doch auf dem Grün an Aber ey, das war richtig nice, Alter Oh, guck mich Oh, guck mich Guck mich an Oh, der Roman Roman, Lars darf nicht mehr gewinnen, sonst hat er Sonst hat er Ich hab alle Folgen mega viele Siege Ah, V, V, V Er hat Zahmer gewonnen Er hat Zahmer gewonnen Ich meine, und den Roman seiner Folge hat Lars auch schon mal Ein paar Siege sich gegönnt Oh, lol Lol, was war das? Lol, Lars, ich hab dich die ganze Zeit eingebaut Aber so, Hauptsache, der Zahn bleibt so ganz cool, gell Der Zahn ist ja ganz, ganz locker geschmeidig Coolio Der Zahn ist der coolste Okay, jetzt Haltet euch, haltet euch hier am Riemen Haltet euch am Riemen Oh, oh Muss du mal aufpassen 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 Boah Oh 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 Der Blau ist mega gut Der Blau ist mega, mega gut Pass auf Ja, Mann, der ist nicht umsonst der coole Zahn Ich brauche eine Kugel Ich brauche eine Kugel Lass, lass geh weg, lass geh weg Lass geh weg Lass nicht mehr springen Lass nicht mehr springen Oh mein Gott Lass nicht springen Oh mein Gott, Flo, hast du den Schuss gesehen? Nein, ich habe nicht gesehen, aber warte Lass nicht bewegen, nicht bewegen Oh mein Gott, nicht springen, nicht springen Nein, ich muss ihn jetzt umbringen Ey, warum? Hä? Ich bin voll lang stehen geblieben Ich möchte aber noch mal kurz die Zuschauer Bitte motivieren Noch mal kurz zu gucken, wie mein Schuss gerade war Jetzt wirst du erst mal getasert hier, Roman Hey, das ist Roman Roman ist der Robocop Roman ist roh Hey, Tatsache Oh mein Gott, einer Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist unmöglich Unmöglich Roman, du wirst gerade verbrannt Du wirst gerade geblüht Roman, schmeckt's dir? Schmeckt's gut, Roman? Hey, das ist leider komplett unmöglich, da zu gewinnen Boah, nice, nice One Das ist das fiese Lachen Das fiese, das fiese Rachen Rachen Das ist der fiese Rachen von Roman Das ist der fiese Riemen Oh, yo, der Zahn hat richtig abgesahnt Das ist der Zahn der Zeit Lass du stirbst Ich sterbe nicht, Flo Ich bin unbesiegbar Ich habe Heckort dahinten Hacker Was? Lars, wie kannst du nur? Ich habe überall Heckort dahinten Ich habe auch einen Hacker und da habe ich Heckort dahinten Oh, Floor Heckort dahinten Junge, ich habe null Punkte bekommen Wo ich es auf ihr gesammelt habe Schnell, wenn ihr euch das rausspeichert oder es auf dem PC ab Wenn Lars es löscht Ich muss aufhören irgendwelche komische Geräusche zu machen Enttägt 25 Gramm ungesättigte Fettsäure Kühe haben Freunde und werden trauriger, wenn man sie trennt Was? Oh nein Er ist rausgegangen Er ist rausgegangen Der Zahn Der Zahn Das heißt, hier spielen wir jetzt mit Bot Ich glaube, da musst du einen Zahn hast Nein Flo, komm her, komm, trau dich, komm, berühr mich Oh, ja, ja, ja Oh, ich kann fliegen Oh mein, ich kann fliegen Oh mein, ich kann fliegen Ich kann fliegen Oh mein, ich kann fliegen Oh mein, ich kann fliegen Das Block bauen ist richtig Oh, noooll Lars, voll vergessen Hey Easy going Easy peasy Lemon squeezy Is my name Lars, lass uns mal zusammen schließen Lass uns mal zusammen schließen Oh, jawoll Also, soll ich mein Spiel kaputt machen? Nein, mach nicht unter Wasser Oh, Lars, du bist so blöd Ich hasse das so sehr Aber mit Kettensägen ist eigentlich voll cool Roman, du musst die ganze Zeit einfach nur Die Sound sind alle gefiltert, gell? Und hier fliegt doch so Sachen rum Ja, man hört einfach, dass das so wirklich unter Wasser ist Alle, Roman, ich hasse dich Nein Lars, du bist wirklich dümmer, alter, ein Stück Riemen Hä, was war das? Ich hab dich doch gekriegt Immer als ein Stück Rahmen Hä, wieso bin ich denn jetzt gestebt? Lars, du bist rückwärts in seine Klinge reingerannt Ich mein, viel mehr kann man auch nicht verlangen Bitte töte mich Aber, Roman, das ist grad bald enquel Oh, wie alle an die Kugel sind Oh nein Oh nein, wie einfach alle an die Kugel sind der floh hat gerade eben den freestlichen ausgaben für freestlichen ausgaben das passiert wenn man sein mikrofon in den mund rein hält das kenne ich zu alles safe ich hasse unter wasser so ich finde es eigentlich ganz gut wusstest du wenn du gegen einen bock aufmuckst der gibt dich nach gegen einen bock aufmucken das ist voll dumm wir müssen eine kampagne starten ich will den ball ja was war das jetzt mal kalt kannst du bitte aufhören sterben ich habe wieder eine schlechte verbindung leute das hört man immer wieder gerne ich war ja warum das gefixt gäbe dabei stirbst gibt sie beide immer noch ich weiß man der zeit das hier fliegt eine dinge in der rhein ich hasse unter wasser so sehr ich bin richtig am aufholen merkt es gerade sowohl in der anderen das ganze was wer wurde der anderen das ganze für mehr mit schnee warte mal hier so leute ich bin ich bin gerade mehr konzentriert ich bin mega konzentriert mega konzentriert mega treten sind floh du bist so ein arsch weg floh hör auf mich zu blocken trotz block gewonnen trotz block gewonnen ich habe dich geblockt super 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 hey roman du meinst super und super gut kennt das spiel nein ja klar kenn ich super rot was ist das du kannst wenn du es drückst kugeln in alle richtungen schießen glaube ich Nee. Nur wenn du dich bewegst, bewegt sich deine Kugel. Oh mein Gott. Du kontrollierst mir oder weniger die Zeit. Alter, das ist mega nice. Das ist so slow motion. Oh mein Gott, das hatten wir bis jetzt noch gar nicht, gell? Das ist Teilreiser. Alter, guck dir mal diese ganzen Kugeln da an. Hey, wenn du vorbeischwimmst, kannst du die ändern? Ja, meine ich ja, aber ohne Unterwasser wäre das viel, viel besser. Ja, du bist richtig geschehen. Oh mein Gott. Pizzaman hat gewonnen. Alter, Junge, Junge, Junge. Das ist die böse Alarmie. Das ist die böse Alarmie. Aber danke, Mutator-Wechsel. Robert, schau auf der Bot schreibt. You are all hackers. Ja, man, all hackers. Mach Lockvögel. Der weiße Alarmie. Das ist Dings. Der weiße Alarmie. Der weiße Alarmie. Der weiße Alarmie. Oh nein, Roman, warum? Aber mich kann man besser sehen. Hä, wer war das Roman oder Flo jetzt? Äh, warst du? Roman ist ein dicke Bot. Äh, nein, ich meine, oh nein, ich bin so dumm. Taser, tasert ihn. Wer bin ich? Tasert ihn. Oh mein Gott, richtig nice. Roman, richtig gut. Jetzt mal, wo bin ich? Alle und da unten bin ich. Ne, Mann. Ne, Mann, vergiss es. Las, hol ihn. Vergiss es, den kriegst du nicht, den Roman. Der Roman ist richtig gut gerade. Jetzt. Jaaaahhhh. Jaaaahhhhhhhh. Jaaaahhhh. Jaaahhh. Pass auf. Lars, das ist unser Kampfgeschrei. Make move or die great again. Make move or die last again. Oh, nee, das war's. Oh, Film ist es. Viel zu schlecht. Hey, ich bin noch gar nicht gestorben. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bei der Botschaft, I think, I think you're hacking or something. das war so der zahn der zeit der zahn ist viel zu gut man darf nicht zu zu viel zu bauen ist eigentlich immer mit controller ja ich bin immer controller kein wunder dass du so da ist der bot du kannst du behauptungen nicht besiegen die man ich blockier den mal water make du von my grade game make dubai grade was willst du dann noch verbessern wo ist er bleib doch dort bist du beweg dich einfach immer nur links rechts einfach a und d d rücken dasselbe macht der bot habe ich blockieren das hast du gewinnst aber wo bin ich da bin ich blöcke hier auch ich blöcke hier auch nicht springen bewegen bewegen las ich bewege mich bewege mich nur non stop non stop bin ich mich am bewegen ich bin nicht genau es ist unentschieden ja immerhin danke kein ding arena wo ihr seid so nett ich will die kommentare las schenkt den dein ganzes geld was du hast ja nicht leben ich habe den 60 ins gesicht bekommen ich lebe noch nicht dass du dinge ich stelle auf die grünen stelle ich auf die grünen dinger ein gutes altes sprichwort sagt was war das super hot super hot mit decoys roman ich habe gehört neues t-shirt was machen denn man soll was machen wenn man was denn soll machen wann man sieht die kugel nicht ich habe die kugel nicht gesehen richtig schwer ich gebe mir mühe volle kanone voll auf florian habe ich getrefft das ist eine sprichwort sagt man sollte niemals seinen eigenen mir ist die luft ausgegangen roman ich komme extra zu dir gefahren und nehme dir deine tastatur ab aber ich spiele mit controller ich nehme dir die hände ab hände her Lars nehmt den fuß ab du musst den blockieren ich nehme dir den fuß ab ich habe deine nase wie willst du dann move on die spielen ohne fuß dann muss ich halt move make move or die great again kann man bitte jemand diesem panda bitte den ball wegnehmen wenn ich gerade hier punkte machen möchte Roman ich sag schon lass stirbt in einer minute nein vergiss es ich sterbe niemals ich bin unbesiegbar weil er sich nicht genutzt was oh mein gott der rebound Junge der rebound oh mein gott aber lass aber keine punkte weil er gar nicht war viel zu nicht bin ich bin wer ich bin ich bin wer ich bin oh 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 nein jetzt habe ich gerade den ball gekriegt oh Roman wir müssen gewinnen 59 59 wenn ihr jetzt gewinnt wenn ihr jetzt gewinnt dann ja wieso können wir nicht alle gewinnen isst du meinen fuß einfach komplett gegessen alter mein fuß du meinen isst nein das wars jetzt gewinnt einer von euch das wars ich will den level up du hast schon oft genug gewonnen das wars ich hol mir leider den level up das wars ich heiß Lars das wars ich will Spaß ich will Spaß das ist mein Ding ich will ein Mars ich hab's mal wieder Lars ich war echt ganz schön nah dieses Mal Leute Lars der Friede hat sich fast überholt ich war aber echt ganz nah an euch Leute Leute ja ganz nah an euch schaut euch diesen Sieger an er sieht aus wie ein Krieger oh warte mal bin ich level up oh ich bin level up ich bin level up oh geschenk 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 warte 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 mach mal das geschenk auf hier ich hab diesen pantomime hon hon freigeschaltet was ja man mach mal ran ich hab den geist freigeschaltet ich hab den schon das ist nehmlich ein ganz ganz neuer skin das ist nehmlich ein ganz neuer skin warte ich nehm den mal rein oh mein Gott ich wollte mir den eben erst holen und ich hab den jetzt einfach bekommen guck mal warte wo ist er denn jetzt da ja wie cool oh lol mega nice der ist sogar einen Euro wert Lars der ist richtig oha ich hab einen Euro Wollt ihr den kaufen verkauf ihn verkauf ihn Lars ein paar mehr und du hast einen Honi auf jeden Fall Leute wenn euch die Folge move von dir gefallen hat das ist auf jeden Fall meine positive Werdung da schon noch bei den anderen dabei vorbei und die haben auch ne coole Folge gehabt wo ich so ein Team gespielt hab und so weiter und so fort und äh ja Roman ich fahr jetzt zu dir und nehm die die Taste auf top und das war's erstmal Leute seid aber leise auf jeden Fall tschau Loti äää röp joh 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 Vielen Dank.